Hallihallo Leute, Mahlzeit und Willkommen zurück zu Star Wars Republic Kommando. Ganz genau. Na klar, Fixer ist mal an der Tür stecken geblieben und du bist mal gegen den Baum gerannt eine Stunde lang. Lalalala, wüsstig genug. So, kommen sie wieder, die Blaster-Schüsse. Nicht ganz, Blaster. So, alle rein hier. Wir müssen zum Wookiee-Randewoo-Point, die Tafel, auf jeden Fall. Okay, die Tafels-Truppen sind auf dem Laufstück. Just über diese Pumping-Station. Proceed' mit Kaution. Woh! Ich hab' leider keine Staffel mit so mehr. Komm schon. Gebum. Halt' nicht die Klappe raus, da. Ja, ja, ja. Natürlich. So, mach's hier hier neben dem Kalt. Hier müssen wir oben. Oh, da hinten. Ja, mach's hier nochmal kalt hier. Ja, gut. So, weg mit dir. Ich hab' noch was. Das ist nur so'n Typ. Das ist nur so'n Typ. Kein Problem. Ach ja. Warte mal da hinten. Dieben nochmal mitnehmen. Dankeschön. So, sieht ja aus, als ob wir gleich noch mehr passiert. Das ist, ähm, zu ruhig gerade. Ja. Nur ein Typ ist ein bisschen wenig. Ja. Was heißt das? Haben wir da hinten einer? Haben wir bitte eine Bar hin? Ja, brauchen wir. Nice. Okay. Okay. Ähm... So, wohin? Okay. Es explodiert da unten alles. Hä? Wo ist das? Ihr seid ja eklige Typen mehr. Die schießen mit dieser blauen Scheiße. Na, hier. Was war? Ich hack das Ding hin. 20 verfickte Sekunden. Was ist mit Fixer los? Du tust mir kaum weh. Und jetzt mein Schild gerade wieder auf, während du am Feuer pausieren bist. Hehehehe. So. Alles klar. Ja, easy. Easy, Jungs. Ich stehe gar nicht vor, warum ihr immer so lange gebraucht für alles. Ja, gleich auch. Ich retriebe auch ein bisschen Bacta. Kommando heilt. Was ist mit 6-2? 6-2 ist getötet. Okay. Von mir wahrscheinlich. Was ist mit 7? 7 kloppt sich wieder alleine. Du kommentiert schon, was der gute Tat wohl macht. I'm good as new, Sir. Ja, Gott sei Dank. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir natürlich, dass dir, äh, kein bisschen Leben fehlt. Wenn du so auf die Welt kamst, möchte ich ja, äh, da nichts dagegen haben. Was? Wo? Hier? Nein, oder? Nein. Ich renne einen Fixer hinterher. Ist das richtig? Ja, ne? Ja, ja. Ja, das ist 7 auch. 7. So, wo ist Taful? Der alte. Gillette-Werbefachmann. Okay. Aua. 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 Miau. Sorry, fellas. We got you as fast as we could. Dillta, Grievous and Garth are headed your way. Get Taful out of there. Grievous. No, 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 no. Beat Mets. Komm, hol ich um. Ich halte nichts aus. Wie hieß der? Pack it up, Delta. Initiate Vector Procedures, Delta. Retrieving Vector. Prepare for snipe maneuver, Delta. Ready, weapon. Kommt aber bestimmt gleich noch einer. Weapon ready. Much better. Der hätte schon wirklich geschnippt, ey. Ich komme wieder runter. Okay, ich dachte, das hat mich erwischt, aber das irgendwas vielleicht selber. Oh. Schon fertig mit der Welt. Hahaha. Die sind fast ein bisschen zu einfach. Wenn man ein paar Elektro-Vanaten hat. Hey, this is the remnant of Tafuls personal guard. They'll escort him to the war room. Gott sei Dank. Das ist alles klar. Wieder mehr Arbeit für uns. Schwupps. Nach ganz oben. In den Penthouse-Baum. Und da alles umbringen, was da rumläuft. Kein Problem. Machen wir doch eh den ganzen Tag. Öh, Start. Oh, das ist aber nett von Taful. Oh, das ist aber nett von Taful. Aha. Die Separatist-Präsenz ist sehr schwer in der Hauptstadt. Wo? Dauber. Wo. Super, pf! Super, droid! Die müssen noch mit Granate verschwenden. Ja, natürlich. Was sonst, da war neue Granate. Hehehe. Ist doch immer so. Denk mal, denkt man mal, man würde da alles denken und dann, wer hätte es gedacht? Liegen da fertige Raten. Hätte die letzte auch noch verbraten können. Grenade rauf! So, eliminate die Stile! So, ich kriege noch eine. Reloaden. Okay, glaube ich, der ist tot. Komm, check die noch mal. Das sollte die totes Spiel haben. Okay. Oh, hallo. Ähm, Spider-Droid. Meine Munition ist ein bisschen low. Ich muss das mal so anmerken. Oh, shit. Okay. Was habe ich gehört? Irgendwas hochjagen? Ja, das war's mit der Knarre. Da habe ich noch einen Buki-Werfer. Nein, einen Buki-Bogenwerfer. Oh, nicht schnell. Ich habe allerdings noch den Granatwerfer. Ha! Und schon unsere Rote zählen. Boom. Hier ist schon halb down. So, Anschluss haben wir noch genug. Okay. Ach, hier. Ach so. Okay. Ich hätte jetzt quasi die Dinger runterschießen können. Und dann, äh, Dings hier. Ops. Geh den Buki aus der Feuergebung. Okay. Du sagst ihm, den Rekreiber zu retten. Äh, negativ an dem. Ja. Wie gesagt, da hätte ich hier Deckung erschaffen können. Das würde ich sagen. Ah, Superdroids. Ja, was sonst? Das ist nicht der cleverste. So, ange drauf hier. Noch eine. Du musst die alle umgeben. Komm. Das ist mal das in dem Zimmer, denn den Kollegen. Oh, ich bin schon voll. Notandrucki R5 für voll 5. Ja. Ja, squad. Clear that promenade. Promenade, sir? Shut it, 6-2. Oh, 7 reloading. Nice. Awesome. Score. In position. Okay. Wearing, sir. Okay. Visual lock. Destroyers. Oh, toll. Die sind nur die richtigen Donaten dafür. Keine. Another spider droid. This kind of armament is way beyond the scavengers around here. Doesn't make sense. I see a lot of stuff doesn't make sense. Copy that. Mein Gott. Ob ich tatsächlich Schaden bekommen? Spider droid. Watch for missiles. Ah. Watch for missiles. Ich weiß jetzt. Beginne. Manöver, Delta. On my way. Pack it up, Delta. Take the map from there, Delta. On my way. So, brauchen Granaten. Und Granaten. Und Granaten. Melillinda. Hum. Skork in position. Komm. Zack. Schäme in einen rein. Verse. Okay. Halb runter ist er schon. Ups, ich bin in die Hitbox gelaufen, das ist auch toll. Nice. Das sah schön aus. Ja, danke schön. Immer alle höflich und korrekt hier. Ha, schön. Wollt ihr alle mitkommen? Hoho, hoho, das hat mich auch direkt was in der Aas schnauert. Hier, halt die Tür auf. Oh, das macht er selber, ne? Meine Fresse. Komm. Ah. Was ein Arsch. Hier. Aua. Hätte er den nicht... Ja. Das wäre schwierig, den zu treffen. So, ich schmeiß da mal das... Ich hab noch einen Blankala. Das ist ein bisschen low. Ups. Kabuum. Was war das? Die Wookiee sind auf der anderen Seite dieser Tür. Du kennst die Drill. Geh in da und schau das Gegner. Ja, natürlich. Was sonst? Dann speichere ich lieber vorher, oder? Ja. Wo, wo ich hier Action mache. Ja, Door Breach, Jungs. Das ist so ein Nagelbomber, wo man die alle Gegner anbringt. Ja. 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 So. Okay, kann ich irgendwie... Feuer auch nicht ziehen. Schauen. Anrufen. 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 Ja, 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 ja. Ich will nur ein paar von den kaltsten machen. Anrufen. 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 Oh. Hab ich den Hitbox geschossen, oder was war das gerade? Er hat noch, das ist gut. 4-7 ist unten. Schau auf den Blasterbock. Anrufen. 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 Wir werden sie in den Delta-Squad. Okay, 7-7-7. Oh. Ja, komm schon. Ich bin auch fast unten. Ja, Team. Ich bin gut zu gehen. 4-0-4-0. Wir haben die Verstörer. Oh. Oh. Ja, ähm. Weih nicht irgendwo. Ein Bucktail-Dispenser. Take them out from there, Delta. Yes, sir. Delta, give me an explosive solution. Sitting Demo. Oh, 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 oh. Oh, shit. Keine großen Waffen, außer die Sniper. Warte mal. Ja, die hab ich noch. Der Droid hier. 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 Der hier ist jetzt dauernd. Wer ist jetzt dauernd? Ah, Fickster. Das ist nicht. Ah, fuck, alter. Ja, komm, halt die Stellung. Ich versuche mich, ihm aufzuladen. Das war nicht so weit weg, ne? Das war hier. Oh, Gott sei Dank. Ja, ja. Kein Problem. Wir können trotzdem das Dropship ausbekommen. Ja, einen Bugli haben wir ja auch noch. Das, äh... Der Idee-Kartei muss weg. Fickster ist auch da und scheiße. Ich hab keine Dekommunition mehr. Oh, Mann. Wie weit ist der 17? Das ist nix. Oh, nein. Das war eine schlechte Idee, glaub ich. Ich werde ihn weitergehen. Nein! Oh, Gott sei Dank. Vier. Eins. Oh, ist klar. Eine Chance. Das ist kein Problem. Ja, mach ich schon. Kein Problem. Oh mein Gott. Das ist noch eine andere Position auf hier. Oh, was haben wir hier? Alles klar. Ja, ja. Bin mir hundert Jahre voraus, mein Freund. Oh nein. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt, aber ich fang draußen schon wieder an zu ballern. Ich raste gleich aus, ey. Ich hasse das für die Pest, ey. Ich meine, Silvester ist in Ordnung. Weißt du, da rechnet man ja auch damit. Ja. Aber nicht einen Tag vorher. Oder zwei. Oh, das hat mich auch verwirrt. Der Tag heute ist. Wow. Mit diesem Mindblow lasse ich euch alleine. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie der Tag heute ist. Ist ein neuer. Frohes Neues. Yay. Alles klar. So Jungs und Mädchen. Bleib fein. Bleib rein. Und ein neues Jahr und ich hoffe, dass ihr alle eure Vorsätze erfüllt. Also, tschüss.